So, schönen guten Morgen zu Merktab morgen. Es ist die Woche der Provokation. Die Amerikaner haben sich jetzt doch entschlossen, Nancy Pelosi wird Taiwan besuchen. Das finden die Chinesen erwartungsgemäß, naja, so suboptimal. Jetzt gibt es Manöver, die die Chinesen durchführen und die Amerikaner haben sich verbal auch schon mal drauf eingerichtet. Es wird hin und her gesprochen, geredet und deshalb sinken momentan die Kurse in Asien. Das ist jetzt nichts, was ganz überraschend kam, aber etwas, was uns diese Woche belasten wird. Hinzu kommen die Quartalszahlen und wie sich die ganze Gemengelage auf den DAX auswirkt, darüber spreche ich jetzt mit Johanna Kremer. Dir einen schönen guten Morgen in Frankfurt. Ja, wir brauchen keine Provokation. Wir kommen komplett ohne aus. Es wird ein schöner Morgen für uns werden. Die Frage ist, wird es auch für den DAX? Einen schönen guten Morgen, lieber Martin. Ja, natürlich kommen wir auch ohne Konfrontation aus, nachdem wir gerade noch mal vor der Sendung geklärt haben, wie der Dresscode immer für unsere Sendung lautet. Bei dir lautet er leger, bei mir züchtig mit etwas Ausschnitt. Und ich finde, solange wir das geklärt haben, gibt es hier eben auch keinen Grund, weiter zu diskutieren. Allerdings hast du natürlich recht. Die Konfrontation in Asien oder besser gesagt zwischen den USA und China, die spitzt sich zu. Wir hatten es gestern bereits schon darüber gehabt und es ist wirklich kein schönes und kein spaßiges Thema. Denn als hätten wir nicht schon genug geopolitische Spannungen aktuell auf der Welt, kommt das natürlich zu einem Zeitpunkt, der für alle und besonders für alle Marktteilnehmer kein guter ist. Du hast gerade schon angesprochen, die Vorgaben aus Asien sind alles andere als berauschend. Wir haben alle großen asiatischen Indizes deutlich im negativen Bereich, beim Shanghai Composite und beim Hang Seng sogar über zwei Prozent im Minus. Das wirkt sich natürlich auch erst einmal auf unseren Start aus, sehr wahrscheinlich. An der Wall Street, ja, da hat man es gestern etwas gemächlicher angehen lassen. Man hatte einen sehr starken Juli gesehen. Und beim Dow Jones hieß es dann gestern erst einmal ausruhen. Bei uns im Fokus, auch das hast du bereits gesagt, steht das Zahlenwerk. Auch hier wie immer ein Euro ins Phrasenschwein, Licht und Schatten. Wir hatten schon bei Covestro gesehen, dass diese vergangene Woche die Prognose gesenkt hatten. Gehört natürlich mit zu den miesesten Nachrichten, die ein Unternehmen liefern kann. Heute hat man endgültige Zahlen geliefert. Aber klar, die Chemiebranche steckt natürlich hier mittendrin in diesen möglichen Gasengpässen. Und das kommt alles andere als gut an. Aber das Beste zum Schluss. Simrise, der Duft- und Aromastoffhersteller, hat sich gut aufgestellt. Hier hat man ein kräftiges Umsatzwachstum gesehen im ersten Halbjahr. Und man geht auch davon aus, dass dieses Umsatzwachstum sich weiter fortsetzen wird. Dementsprechend hat man die Prognose angehoben. Und es war vor allen Dingen die große Nachfrage nach Kosmetik, nach Parfum und nach Tiernahrung gewesen, die hier unterstützt hat. Also ein paar gute Nachrichten gibt es ja doch noch. Nichtsdestotrotz gehen wir davon aus, dass der DAX heute ein halbes Prozent im Minus in den Dienstag startet. Also ein paar gute Nachrichten gibt es noch. Und ich glaube, die Beste für die Zuschauer ist, dass eben nicht ich mit ein wenig Ausschnitt unterwegs bin, sondern du, ich wünsche dir einen schönen Tag in Frankfurt. Und wir schauen uns mal an, was uns so die Asiaten hier gleich präsentieren werden. Also, die Amerikaner gestern ein bisschen schwächer gewesen, aber der letzte Monat ist sehr stark gewesen. Jetzt morgen, Stanley sagt, Mensch, nehmen Sie die Rallye, solange sie dauert und genießen Sie das, denn es wird irgendwann auch wieder vorbei sein. Wir haben den ISM gestern gesehen. Und wir sehen auf der einen Seite, dass die amerikanische Wirtschaft weiterhin wächst. Nicht so stark wie in den Vormonaten. Schon gar nicht so stark wie im letzten Jahr, aber sie wächst immer noch. Und ja, jetzt muss man natürlich schauen, wie sich die Notenbank das Ganze zurechtlegen wird, ob sie das unter Umständen als Anlass sehen wird, um die Zinszügel noch etwas fester anzuziehen. Denn das ist ja ihr großes Problem. Sie versucht ja momentan so ein bisschen die Inflation in den Griff zu bekommen, ohne die Wirtschaft abzuwürgen. Jetzt schauen wir mal ganz kurz nach Asien. Aber da gibt es nicht viel zu sehen, außer das, was ich gerade gesagt hatte, die Woche der Provokation. Und sie schlägt sich auf die Kurse nieder. Und deshalb auch China etwas deutlicher im Minus. Kommt natürlich auch dazu, dass die letzten Industriedaten nicht allzu gut gewesen sind. Gestern Abend jetzt die Quartalszahlen von Activision Blizzard, die wir gesehen haben. Es geht, der Reigen geht hier lustig weiter in den kommenden Tagen. Heute wird ganz spannend werden. AMD, PayPal auf jeden Fall, der Einstieg der aktivistischen Investoren. Das wird sich sicherlich auswirken. Wir haben noch eine Starbucks dabei, die ja eher so langfristig zu sehen ist. Und dann geht es weiter. Am Donnerstag die Zahlen von Alibaba, die mich persönlich natürlich interessieren, weil ich gerne wissen möchte. Mensch, zwischen den ganzen Meldungen, die da rauskommen, zwischen den Gefahren und Risiken eines D-Listings und dem politischen Druck. Wie ist es denn da zuletzt gelaufen? Wie haben sich die Geschäfte gerade im E-Commerce entwickelt? Wir werden es sehen und wir bleiben natürlich für Sie auch da am Ball. Schauen wir uns mal ein paar einzelne Geschichten an. Activision Blizzard, gestern nach Handelsende, die Quartalszahlen. Wenn Sie sich wundern, dass der Kurs seit Monaten eigentlich da bei der 80 festgenagelt ist, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Microsoft hat ein Angebot abgegeben zur Übernahme von Activision Blizzard. Mehr als 65 Milliarden Dollar sollen da auf den Tisch gelegt werden. Deshalb die Zahlen jetzt gar nicht so relevant gewesen. Die waren okay, ohne jetzt großartig zu überraschen. Insgesamt interessant bleibt es natürlich, wie geht es weiter mit der Übernahme? Denn die Kartellbehörden haben sich eingeschaltet. Ganz klar, bei einer Übernahme dieser Größenordnung schauen die Wettbewerbshüter, ob unter Umständen der Kunde, also letztendlich der Endverbraucher, unter so einer Übernahme leiden könnte. Ob der benachteiligt wird, ob in der Branche weiterhin fairer Wettbewerb möglich ist. Und jetzt hat sich Sony zu Wort gemeldet und hat gesagt, nee, der Deal darf auf keinen Fall durchgehen. Denn Call of Duty, das Monster-Franchise bei Activision Blizzard, der Ego-Shooter, werden Sie wahrscheinlich mal kennen. Wenn nicht persönlich, dann vielleicht von Ihren Kindern. Das ist einfach viel zu wichtig, das Franchise, als dass es jetzt unter dem Dach von Microsoft filmieren sollte. Die anderen großen Konzerne haben da weniger Probleme. Es gibt ja immer diese Anhörung, dann dürfen sich andere Unternehmen auch dazu äußern, wie sie die Pläne finden. Und Amazon hat bisher gesagt, nö, interessiert uns jetzt nicht sonderlich. Alphabet hat auch gesagt, interessiert uns nicht sonderlich. Aber wie gesagt, Sony, die versuchen da jetzt wirklich einen Keil reinzutreiben. Und es wird spannend sein, natürlich hier zu sehen, ob das funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, also sollte der Deal durchgehen, das ist immer das ganz Wichtige. Das Übernahmeangebot liegt bei knapp über 90 Dollar. Also dann haben Sie hier sicherlich eine Renditechance ohne großes Risiko, sollte der Deal durchgehen, von etwa so um die 15, 17 Prozent. Passiert das nicht, gibt es eine Abfindung für Activision Blizzard, klar. Und da müsste man schauen, wie es weitergeht. Das Franchise allein genommen, der Konzern allein genommen, ist ja ohnehin trotzdem sehr solide, sehr stark aufgestellt. Also es bleibt weiterhin spannend, auch wenn sich das jetzt im Kurs momentan nicht niederschlagen mag, wenn man das jetzt momentan nicht so richtig sieht. Für Microsoft wäre es natürlich ein Riesenbrett. Also wenn Sie das übernehmen könnten, finanziell können Sie das stemmen, die Frage stellt sich nicht. Aber wenn Sie das machen könnten, dann wäre das natürlich ein super, ja, wie soll man sagen, ein super Ausbau der eigenen Gaming-Sparte. Überlegen Sie, was Sie mit der Xbox bereits am Start haben. Und dann würden Sie natürlich auch viele, viele Millionen Nutzer in das Netzwerk bei Microsoft reinziehen können. Also es wäre ein Game-Changer aus meiner Sicht. Und sollte es soweit kommen, wäre das natürlich richtig klasse. Pinterest gestern Abend mit Zahlen. Die Zahlen haben mich weniger interessiert. Interessant ist, dass die Aktienachbürste wirklich abgegangen ist wie eine Rakete. Weshalb? Elliott-Management ist eingestiegen. Der aktivistische Investor, auch hier jetzt tatsächlich aktiv, hat sich ein Aktienpaket gesichert. Weshalb ist das relevant? Immer dann, wenn diese Investoren reinkommen, werden sie sehr aggressiv vorgehen. Sie sichern sich Aktienpakete, versuchen die Kontrolle zu bekommen im Konzern oder zumindest mal ein Mitspracherecht und versuchen dann bestimmte Teilbereiche herauszulösen und den Wert freizulegen. Auf jeden Fall machen Sie jede Menge, erzeugen Sie jede Menge Druck auf das Management, das sich bewegt. Und dass sie überhaupt kommen, zeigt ja schon, Pinterest stellt einen gewissen Wert dar. Man sieht es momentan eben nur nicht am Kurs. Aber bei Elliott scheint man der Meinung zu sein, da ist mehr zu holen. Und das dürfte die Aktie sicherlich in den kommenden Wochen etwas antreiben. Beim DAX werden wir uns die Sache eben anschauen. Der Juli, wie gesagt, sehr gut gewesen. Jetzt versuchen wir an diese Erfolge aus dem vergangenen Monat anzuknüpfen. Dafür brauchen wir aber natürlich vernünftige Geschäftszahlen. Und natürlich, Sie sehen es hier, der Abwärtstrend, der knapp über 14.000 Punkten verläuft, der müsste auch noch geknackt werden. Vielleicht an die 200-Tage-Linie. Aber das ist alles Zukunftsmusik und momentan ist die nachrichtliche Gemengelage doch eher negativ. Bei Covestro, das Unternehmen hat sich geäußert, hat gesagt, wir treffen unsere Vorsorge, wenn die Versorgung mit Gas tatsächlich reduziert werden sollte oder in Gefahr gerät. Wir werden uns natürlich entsprechend positionieren. Bislang läuft es für den Konzern ganz gut. Man muss das langfristig betrachten. Wir haben momentan natürlich Probleme. Ukraine-Krieg, Gaskrise, das ist alles richtig. Aber wenn man diese Sachen ein, zwei, drei Jahre sieht, fünf Jahre sieht, dann dürfte Covestro ein richtig gutes Investment sein. Die Aktie momentan, ich glaube, sie wird so mit 6,5, 7 Milliarden bewertet. Das ist sehr günstig, wenn man schaut, was an Vermögenswerten letztendlich im Konzern drin ist. Und der Chemiebranche, es geht ihr momentan wirklich gar nicht so schlecht. Dasselbe gilt für BASF. Natürlich kommt jetzt auch immer noch dazu, das trockene Wetter und die Unsicherheit, damit verbundene Unsicherheit, dass der Rhein unter Umständen Niedrigwasser hat, dass dann die Transportkosten erhöht werden und zusätzlich auf die Kosten durchschlagen. Klar, keine Frage, aber es wird auch wieder bessere Zeiten geben. Und kaufen sollte man eigentlich dann, wenn es günstig ist. Bavarian Nordic. Ja, es gibt weitere Fälle von Affenpocken. Sie haben es gestern auf dem Aktionär auch gelesen. Es gibt die ersten Todesfälle. Heute Nacht habe ich gelesen, jetzt haben sich auch noch Kinder mit dem Dreck angesteckt. Und das dürfte natürlich die Aktien weiter, also die Aktien aus diesem Bereich weiter antreiben. Sie sehen es, da gibt es momentan kein Halten. Die Aktie hat sich mehr als, deutlich mehr mittlerweile als verdoppelt. Wir haben erste Gewinne mitgenommen, lassen den Rest der Position jetzt einfach mal weiterlaufen. Und es ist ja nicht nur Bavarian Nordic, es ist ja auch Sieger Technologies. Zuletzt eben die Frage, ist das Medikament, das da im Angebot ist gegen Pockeninfektion, ist das überhaupt wirksam bei Affenpocken? Da bleiben Sie natürlich dem Beweis noch schuldig. Aber Sie sehen, die Aktie ist jetzt gestern tatsächlich wieder stabilisiert nach diesem wilden Dritt, den wir am Freitag gesehen haben. Da ging es ja teilweise 30 Prozent nach unten zunächst, dann hat sich das Papier wieder erholt. Und momentan sitzen wir jetzt da irgendwo in der Mitte. Also es ist nichts anderes als das, was wir hier gesehen haben, jetzt auf höherem Niveau. Nachrichten gibt es momentan wenige und jetzt warten wir, wie es da weitergehen wird. Also ein sehr interessantes Umfeld, sicherlich für diejenigen, die gerne spekulativ unterwegs sind. Das Geld auch für Warta, die ja ihre Prognosen gekappt haben. Ich habe gestern mich mit meinem Kollegen Alfred Meidon über das Thema Warta noch unterhalten. Er sagt, ja kurzfristig sieht es jetzt gar nicht so gut aus. Es ist richtig, aber man sollte dem Management auch noch etwas Zeit geben. Und er hat ja selber gesagt, also bis zum Jahresende würde er sich das Ganze noch anschauen. Und wenn es dann weiterhin keine Verbesserungen gibt und kein Licht am Ende des Tunnels, um es so auszudrücken, dann müsste man halt irgendwann mal die Reißleine ziehen. Noch scheint es zu früh zu sein. Die Analysten, viele Analysten haben sich weiterhin positiv zum Unternehmen geäußert. Jepi Morgan beispielsweise, die haben ja weiterhin einen Overweight auf der Aktie. Kostet sie, glaube ich, über 90 Euro. Und die sagen, ja, es ist jetzt so ein kleiner Rücksetzer gewesen, aber nichts, was wir nicht erwartet hätten. Also von daher bleiben wir erst mal weiter auf der Käuferseite. In Finian gibt es interessante Nachrichten aus dem Management. Da gab es ein Interview in Österreich und da wurde auch noch mal verdeutlicht, die Nachfrage ist enorm hoch in der gesamten Branche und es spielt auch keine große Rolle, ob jetzt viele neue Fabriken gebaut werden sollen. Denn die Vorlaufzeit für den Bau von Fabriken ist einige Jahre. Und selbst dann, wenn die mit der Produktion beginnen, würde das Angebot, das hier letztendlich dem Markt neu zur Verfügung gestellt würde, durch die Nachfrage auch wieder abgesaugt werden. Also von daher ist man relativ entspannt und sieht weiteres Wachstum. Und Sie sehen es momentan, die Anleger sehen das ähnlich. Wo könnte es jetzt erst mal enden? Sicherlich diese Marke von 30 Euro, die bleibt spannend und interessant. Da könnten Sie, wenn Sie da durchkommen, wäre es charttechnisch natürlich ein klares Kaufsignal. Vielleicht noch der Sprung über die 200-Tage-Linie, so weit ist es noch nicht. Aber in einem günstigen Marktumfeld könnte es so durchaus in diese Richtung gehen. Ballard Power nochmal ganz kurz, weil sich da charttechnisch jetzt so langsam ein Bruch dieses Widerstandes im Bereich, wo wird es sein, etwa 8,50 Euro andeutet. Auch da geht es immer um das Marktumfeld. Es geht immer darum, wie ist die Stimmung gerade unter den Anlegern. Sind Sie etwas mutiger auf der Suche nach spekulativeren Werten, dann ist Ballard Power natürlich immer mit dabei. Aber solange die Aktie eigentlich nicht über die 10 Dollar gelaufen ist, hat man da auch vielleicht noch Zeit, einfach ein wenig abzuwarten. So, das sei es von meiner Seite erst mal gewesen. Spannende Woche, spannende Nachrichten. Die Kurse bewegen sich und wir bleiben natürlich für Sie da am Ball und sagen, wo momentan die Musik gespielt wird. Und wir sehen uns wieder um 14.40 Uhr, dann mit der US-Vorpörse. Bis dahin, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss. Bis dahin, gute Zeit.